Jo, willkommen zurück, wir sind, bzw. willkommen zurück mit allen drei, muss man ja betonen hier, ähm, ja, wir machen heute mal weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben und ich glaube, das war beim Design des Kellers, sehr produktive Aufgabe. Wir sind ja mittendrin, ähm, mittendrin statt, nur dabei. Äh, meine FPS. Vielleicht würde man mal die Türen auch machen. Meine FPS-Mögen. Basti, sagst du auch noch was, oder sind wir doch nur zu zweit? Okay, einfach die Antwort, wir sind nur noch zu zweit. Ähm. Was? Ähm. Nein, ich bin noch da, ich weiß mal nicht. Weiß man nicht, wie ich lagge, oder nicht, oder doch, oder vielleicht kannst du es ja selber irgendwie gucken, hier, du kannst ja Rechtsklick auf dich machen und da auf, ähm, Verbindungsinfos gucken, da musst du gucken. Haben wir jetzt eigentlich genug vom Extractor vorläufig? Da haben wir wieder keinen Roba. Roba müsste er bei... Roba müsste er bei... Kohle! Immer Kohle. Ähm. Ja, am besten holen wir Baumkohle. Baumkohle. Baumkohle ist eine gute Idee. Ich, weil, ja, so wie es zurzeit aussieht, ist die, glaube ich, effektiver als normale Kohle. Äh, ja, nee, du sagst ja nicht ganz richtig. Ja, nein, weil wir zurzeit... Basti, wolltest du diese Hochöfen bauen? Also ich müsste dann suchen, wenn ich die bauen soll, ich will die dann auch bauen. Hochöfen, wolltest du die Hochöfen bauen? Die Kohle, dann können wir daraus Koks machen. Äh, du weißt aber schon, was wir dafür brauchen. Dafür brauchen wir Soul Stand, Never Brick und Magma Cream, ne? Und zurzeit können wir doch in den Never nichts, weil die alle böse sind. Ach ja. Da war ja was. Ähm, Moment. Was? Denn? Doch, äh, nee. Das wollte ich jetzt nicht. Ich glaub, war nicht das Team. Ach, das bringt doch nichts. Hä, aber wieso gibt's keinen normalen? Ach, Seelen, was heißt der jetzt? Ja, dann nimm aber nicht so viel mit, äh, falls du wirklich verrecken solltest. Ich hab dadurch schon mein ganzes Inventor drin. Ja, warte, ich guck mal eben ob man nach... Nee, kann man nicht anders herstellen, schade. Ich zerchen könnte man irgendwie mit diesem... ...Schein der Weisen für... ... Classic, da... Au. Hallo. Äh... Kann man nicht. Doch, Never... Never Brick kannst du anders herstellen, Never Brick bekommst du raus, indem du... Ja, ich dachte, wir brauchen Soul sind. Ich dachte, wir brauchen Soul sind. Nein, du brauchst... Kannst du nämlich nicht herstellen. Ja, wie heißen die Dinger denn auf Englisch? Bei Hochofen hab ich nix gefunden. Ach, hast du das Spiel jetzt? Blast Furnage. Du bist, äh, warum hast du das Ding denn auf Englisch, wenn du mit dem Englischen... Ja, bis auf Deutsch. Aber dadurch ist ja trotzdem nicht alles übersetzt. Ah, da. Ja, ne, oh. Ja, siehst du, brauchen wir doch... Ja, gut, die Sache ist, äh... TechEd Classic hat, glaub ich, nicht jede Mod auf Deutsch. Ha, ha, ha! Ne, das ist richtig. Ja, aber das kenn ich ja. Ich spiel ja auch TechEd Light auf, äh... Manchmal etwas verwirrend, aber... Funktioniert. Weißt du, weißt du, was ich mich grade frage? Wieso ich das auf Deutsch spiele? Weißt du nämlich jedes Mal. Was denn? Äh, das sowieso. Ähm... Werden die Viecher eigentlich auch irgendwann nochmal resettet, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es nur... Ich weiß nicht, ob es nur... Wenn du eingibst, Slash... Nein, ich weiß halt nicht, ob das erst passiert, wenn du ne längere Zeit im Never bist. Oder ob das auch ist, wenn man nicht drin ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, er legt auch so stark, dass, äh... Jederzeit auch neu aggressiv werden können, ohne dass du sie fangen kannst, wenn die wieder ankommt. Moment! Äh... Was brauchen wir noch dafür? Magma, wie war das? Wir brauchen Kohle? Ich hab ein bisschen Kohle hier in dem Raum gefunden, den ich grad sowieso ausroll... Ja, Kohle immer mitnehmen, die können wir ja sowieso nachher, wenn wir einen Hochrufen hätten. Ähm... Lukas, du bist leise. Ich bin leise? Oh, Mikro nicht nah genug dran. So, besser? Ich kann ja auch mal so weit weg reden, klingt doch super, oder? Ja, ich wollt mal gucken, wie der Computer aus der Ferne aussieht. Leute, versteht ihr mich noch? Auf dem Bett liegen und zocken, ist aber auch toll. So, wir haben... Also, es geht grad, Basti. Versteht ihr mich noch, oder muss ich jetzt anfangen zu brunnen? Die Frage ist, ob du so noch die Zombie-Pigments töten kannst. Eben. Aber gerade war das aber besser mit dem Doppel. Und wie gut du uns verstehen kannst. Naja, euch kann ich... Euch kann ich definitiv verstehen. Die Frage ist, ob du versteht ihr mich? Also, du hast jetzt einen leichten Hall drin, das ist normal. Man kann nicht irgendwas verstehen, du bist nur noch etwas leiser geworden, weil man hört nämlich, dass du weiter weg bist. Ach, Quatsch. Ich hab mein Headset mit Mausen vorgenommen. Äh... Ah, toller Trick. Ja, ist okay. Naja, komm, dann... Und da bist du selber draufgekommen? So. Jetzt ist er wieder drin. Ist das doch richtig bequem, oder nicht? Natürlich. Mein Headset ist sowas von in meinem Popo drin. Jetzt wisst er's, Leute. Jetzt wisst er's. Wer diese Information bitte nicht haben will, ihr hättet vor zwei Sekunden Ragequit. Ragequit bei einem Video. Ragequit bei einem Video. Halt. Halt F4. Schneller. Basti, du... Ja, siehst du, da kriegst du jetzt sogar einen Huhn nach unten. Du zeigst mir irgendwann mal, wie man bei einem Video Ragequiten kann, ja? Danke. Naja, wenn du alte F4 drückst, schließt du auch den Börsen an. Ja, aber das ist ja doch nicht Rage-Critten. Ich glaube, jetzt habe ich mich schon verlaufen. Ich habe Basti gefunden, dann bin ich doch nicht so weit weg. Wo seid ihr? Ich dachte, Holz holen. Achso. Achso. Naja, irgendwie ist das schon, alte F4 gleich Rage-Crit. So, ich habe jetzt über ein Stack Holzstämme, damit kann man ein bisschen Kohle machen. Naja, aber für ein Stack Holzstämme bekommst du ein Stack Holz-Kohle. Ja, nee, Moment, dafür brauchst du ja erstmal einen Brennstoff. Holz. Ja. Aber du kannst das nicht... Warte mal, warte mal, wir haben oben die Blue-Electro-Curnage. Stimmt, dann brauche ich gar keinen. Wir haben unten auch die nicht-elekte-Dignade, ne? An sich, wenn das mit dem Strom, mit den Bed-Boxen beiderseits ist, brauchen wir selten Kohle. Ja, nee, selten ist... Stimmt auch nicht. Aber wir haben ja auch noch 12 hier. Wenn wir genug Strom in beiderseits haben, dann passt das. Ich bin trotzdem für die Hochofen. Dann betreibt sich der Query nämlich quasi von selbst, weil der spuckt dann mehr Kohle aus, als der, ähm, aus dem Hochofen das Zeug verbraucht. Äh, natürlich. Aber wie gesagt, wie willst du denn, wie willst du denn in den Query, äh, Query, genau. Äh, wie willst du denn, ähm, in den Never reinkommen, wenn Viecher da total arg grüße... Oh, die Ruhe, wir haben noch Zeit. Indem er sich mit denen prügelt. Ja, eben. Ich bin viel stärker als die. Ähm, es glaube ich eher weniger, aber ist okay. Nee, brauche ich mir irgendwann ein Jetpack und dann fliege ich einfach und schieße mir den Bogen ab. Geht ja auch. Äh, warte mal. Jet. Pew, pew, it's a jet. It's a jet. Äh, da gibt es das normale und das Electric Jetpack. Das normale zum Beispiel, kann ich leider nicht rausfinden, gibt es kein Rezept für. Dann hast du jedenfalls falsch... Hä, gibt da nur das Electric Ding. Nee, ich habe Jetpack eingegeben, da steht Electric Jetpack und das Jetpack. Ja, dann, ja, dann siehst du schon, da ist die Batterie einfach nur alle. Okay, deswegen kannst du da auch nicht drauf gehen. Äh, dafür brauchst du auf jeden Fall Refined Iron, Glowstone Dust, die Bad Box. Ja, Glowstone, das kannst du auch ohne Nether herstellen. Ja, die Glowstone Dust haben wir auch noch. Dann brauchst du den Refined Iron, das machst du halt... Achso, woher haben wir so einen Scheiß? Advanced Circuit brauchst du. Was machst du da, Steven? Nein. Das ist... Ähm. Ja, die Bekanne. Ja, schön. Äh, wir bekämen den Neverwag... Äh, Quatsch, den Neverbrick bekämen wir auch noch hergestellt. Dafür bräuchten wir den Neverwag... Ja, aber den Co-Zend nicht. Bleibe dabei. Ja, und den... Äh, und den... Mekma Cream nicht. Ja, gut, das ist auch richtig. Weil wir brauchen dafür nämlich einen Blaze-Border und dafür brauchen wir die Lohnroute und... Das heißt, wir müssen... Oder Mekma bleiben, einfach. Um das jetzt nicht so kompliziert werden zu lassen. Lassen zu werden. Ne, hä? Jetzt hab ich mich... Nein, egal. Ihr wisst, was ich meine. Äh... Ab und zu mal, wenn wir Lust drauf haben, ja... Wenn wir Lust drauf haben. Ja. Das ist aber eine coole Einstrecke. Wie weit ist eigentlich oben die Kirby? Äh... Das kann ich nicht sehen, weil da Wasser drüber ist halt. Das hab ich aber mit Absicht so gesetzt. Gut. Wie voll sind die Kisten? Fragen wir es mal so. Nicht voll. Die letzte ist ungefähr zur Hälfte gefüllt, alle anderen so... Zwischen... Zwischen fünf und zehn Fächern. Solange die erste Kiste nicht langsam voll ist, sind wir dann vielleicht Probleme... Ne, es sollte keine einzige Kiste voll sein. Sonst springt da irgendwas raus. Das hab ich ja schon gesagt. Ja, wir müssen irgendwann mal... Äh... Kann man... Ich sag ja, mir fehlt eine Mods, dann wäre das ein bisschen einfacher. Mir fehlt eine Engine Mod. Hätten wir die... Hätten wir die Magmatic, wenn wir das Ganze sogar... Ja, eben. Da wäre das ganze Problem weg. Da wäre das... Da wäre das ganze Scheißproblem, was wir im Moment haben, ziemlich schnell gegessen. Was... Was ist denn da so drin alles? Ähm... Ja, ne, also es geht nur um diese Engine. Wenn wir Engines mit Magmatic, also Magma-Engines quasi, betreiben könnten... Ja. Dann, äh, müssen wir nicht auf Kohle gehen jetzt. Weil da kannst du einfach Lava drin verbrennen. Und das ist so simpel, Lava, an Lava zu kommen. Weil die können, äh, zum einen, die können nicht heiß laufen. Das ist vollkommen unmöglich. Ähm... Und zum anderen, Lava kriegst du so einfach, so viel, so schnell, auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Selbst hier, in diesem Mod-Pack. Das ist so... Kannst du so schnell Lava bekommen. Okay. Aber, ähm... Ja. Jetzt... Jetzt ist halt das Effizienteste, was wir machen können, ähm... Wären... Combust-Engines. Aber, äh, das wäre mir ein bisschen zu kompliziert und aufwendig und sonst was. Jetzt gerade für den Anfang. Weil, mit Raffinerie zu arbeiten... Ja, das kommt alles mit der Zeit. Ja, ja, sicher. Aber, wie gesagt, für, äh, jetzt... Magmatic kriegst du's super schnell hin. Da hatten Steve, äh, Basti und ich immer... Weiß nicht. Was mir halt fehlt, ist zum Beispiel, um die ganze Trugische Truhen scheiße loszuwerden, während dieser Version im E-Terminal. Leider existiert das in TechEd Classic leider gar nicht. Du musst jetzt in dem Satz mal leider verwendet, ne? Ja, ich weiß. Dann ist er gut. Ich wollte's ja nochmal sagen, weil... Wünschen würd's... Nee, dann Zin-Ohr. Würde ich's mir, aber leider gibt's das ja nicht. Basti, an was erinnert dich dieses Zin-Ohr? Zin-Ohr, wie auch immer. Das ist Zin-Ohr. Weißt du, woran mich das erinnert? An Spermung? Nein. Also, wenn dein so aussieht... Also, wenn du wirklich daran immer denkst, Basti, und dass das auch noch danach aussieht, dann... Wie gesagt, mach dir Sorgen. Lass dich bitte mal... Lass... Geh mal zum Arzt. Ich glaub auch, der Arzt kann er da nix mehr machen. Weißt du, was mir jetzt allerdings einfällt? Was? Ich will es, glaub ich, gar nicht wissen, kann das sein. Nein, was denn? Ich habe in den Untiefen des World Wide Webs mal gesehen, ähm... Nein, ich hab mal in den Untiefen des World Wide Webs nachgelesen und, ähm... Dieser Alchemical-Chest kann, glaub ich, Sachen duplizieren, wenn ich das richtig im Kopf hab. Haben wir die hier? Haben wir die hier? Ne. Bisher noch nicht. Nein, gibt es die hier drin? Machen wir es einfacher. Weiß nicht, keine Ahnung. Sie gibt es, man kann sie auch craften. Es kostet im Endeffekt ein Diamant und... Warte, nötig. Ähm... Naja, okay, jetzt drei Diamanten. Diamant, egal was... Stein, Diamant, Eisen und Chest. Das... Was brauchen wir noch? Okay. Es würden aber unsere letzten zwei Diamanten dafür draufgehen, ne? Nein, dann lassen wir das erste Mal. Ganz kategorisch. Nein. Pull. Finger weg. Wir haben noch nicht genug, Dias. Wir müssen sowieso mal irgendwann mal so eine richtige Farming-Tour machen. Die Sache ist aber auch, wer weiß, ob wir Dias durch unsere Query bekommen. Ich weiß nicht, wie in dem Feld, was du da abgesteckt hast, ob, wie viele Dias da versteckt sind. Ja, da werden, da werden, da werden schon... Mindestens sechs bis... Ja, mindestens sechs werden da rauskommen. Ähm... Äh, Lukas? Ja. Mach keine falschen Hoffnung. Mindestens sechs locker. Wir sind in der... Also, das ist wirklich so weit... Wir sind in der 1, 2, 5. Wer weiß, wie... Das ist so weit unten angesetzt, das... Das geht gar nicht drunter eigentlich. Äh, Lukas? Ja. So halte ich. Ich hab mit Basti, äh... Letztens Ticket... Mit Basti hast du... Mit Basti hast du... Und wenn ich da wieder draufgehe, sehe ich euch alle eure Nachrichten. Ähm... Ja? Ja? Naja, auf jeden Fall, wie gesagt. Also, wir hatten einen Query angesetzt. 64 auf 64 Blöcke. Wirklich komplett... Richtige Breite. Wir haben null Diamanten daraus bekommen. Also, sagt nicht, wir werden auf jeden Fall sechs Diamanten daraus bekommen. Wir werden auf jeden Fall sechs Diamanten daraus kriegen. Punkt. Wenn nicht, verklag ich... Wer noch immer. Ähm... Lukas, wenn wir keine sechs Diamanten daraus bekommen, bekommst du sechsmal Kick von mir und das nacheinander. Ach, das bin ich ja gewohnt hier. Äh... Wie hoch soll dieser Raum hier eigentlich werden, Lukas? Ja, so hoch, wie ich den da angesetzt habe. Mit dem... Decke einziehen, ne? Ja, das ist mir schon klar. Moment, hab ich das jetzt überhaupt richtig ausgemessen? Ich hab das... Ich hab das... Da sollen ja Bäume rein. Ja, du hast unten angefangen. Das hat mich schon geärgert eigentlich. Ja, was? Ich hab... Ja, guck mal. Ja, hier hatte ich eigentlich eine Treppe, äh, drin. Ähm, deswegen hab ich... Ist ja nicht so, als könntest du nicht so hochbauen. Also, so ab... Alter. Aber das... Hast du zufälliger fuckingweise Fackeln mit? Ja. Hast du zufälliger fuckingweise Fackeln mit? Ich... Das war... Wenn du das so verstehst... Danke dir. Wir haben einen dritten Diamanten. Yay! Juhu! Jetzt an mich aus dem Curry. So tief ist der... Ich weiß, deswegen... Na, ähm, egal. Und... Einen vier... Einen vierten Diamanten. Was machst du da? Wo... Was für tiefe Nullung hast du da gerade? Ah! Moment, wir können auch Dias herstellen. Fällt mir gerade ein. Relativ simpel sogar. Richtig. Wie viel Kohle haben wir? Wie hoch hast du denn jetzt gesetzt bis dahin, wo ich das hier sehe? Also, da sollen Bäume rein. Bäume haben eine Mindestgröße, wenn ich jetzt Eichen nehme. Ja, aber wenn... Komm mal kurz her. Fünf Blöcke, richtig? Sehe ich das richtig? Äh, komm mal her. Braucht ihr fünf Blöcke? Du hattest... Hier, bis da hoch gebaut. Soll es so hoch erst mal sein? Ja. Ja, das reicht doch für Bäume, oder? Also, da muss ja noch eine Decke rein, ne? Das müssen wir jetzt mitzählen. So. Dann google ich mal eben... Minecraft... Bindest... Baum... Größe. Also, wie gesagt, ich würde mich jetzt dann... Da an diesen... An dieses komische Ding setzen, an die... Ichemical to... Äh... Ja. Ja. Gute Idee. Marit. Das war meine Picke. Ich hab gerade keine Picke mehr. Ich hab noch eine. Möchtest du dir machen? Nee, die ist rot. Die ist rot, die darfst du auch nicht haben. Oh, ich hab hier schon mit einer grünen gearbeitet gerade. Also, bitte. Mit einer grün? Äh, was bildest du dir ein? Normaler Schuss. Was wollt ihr dann? Ich muss mal grad meinen Impfen mal ein bisschen entleeren. Ich muss mal kurz hoch. Ey, du musst voll dein Impfen entleeren, ey. Ja, ist ein bisschen full da, so. Weißt du so? Okay, was war mal so... Hier steht aber nicht wie hoch wie wir, ne? Quatsch... Ah... Das ist immer unterschiedlich. Dann war's gleich mit dem Dia. Nee, halt. Steht das vielleicht unter Baum pflanzen? Ah. Von vier Blöcken über sich haben, okay. Also hier sind es in den 1, 2, 3, 4. Ja, dann passt was von der Raumhöhe. Das ist gut. So, wir haben langsam genug Cobblestone, würde ich mal so sagen, ne? Jo, man. Guck mal in die Kiste. Voll gedreht, ey. Guck mal hier in die Kiste, die ich gerade reinschaue. Ne, ich werd langsam ein bisschen müde, aber ich hab diese Nacht doch kaum geschlafen. Moment, wo ist mein Monster? Mein Monster ist weg. Ach, da steht ja. Moment. Ein fucking Monster. Martin Monster? Wie sind denn die... Warum sind Getränke immer alle, wenn man sie trinkt? Hm, warum nur? Naja, ähm, ich wollte auch mal Fluch der Karibik zitieren. So, ähm, wo war ich jetzt gerade? Bei... Oder? So, ähm, wo ist die Vermehrung? Die was? Der sagt bitte nicht diese... Der sagt bitte nicht diese... Der sagt bitte nicht diese... Er 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 sagt auch nichts anderes als ein normaler Schest.